Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Workshops für Zwischendurch. Heute geht es mir um das Stärken des Immunsystems ohne jegliche Medizin. Nun, wie funktioniert das? Und zwar, man macht folgendes. Man geht bei jedem Wetter raus und bewegt sich. Egal, ob es nur ein bisschen ist oder viel ist. Hauptsache Bewegung und rausgehen und zwar bei wirklich dem Wetter. Es ist tatsächlich, egal welches Wetter draußen ist, man muss einfach rausgehen. Und das Resultat ist faszinierend. Und zwar schafft es der Körper, man mag es nicht glauben, er schafft es tatsächlich, das Immunsystem zu stärken. Und es sickert kaum was durch. Man kann vielleicht husten, trinken oder schnupfen, aber das war's. Man liegt weder mit einer Krippe im Bett oder hat irgendwelche Erkältungen. Und wenn man den inneren Schweinehund wirklich überwältigt und sich sagt, so jetzt gehe ich raus, egal ob Regen ist oder ob es schneit oder ob sogar starker Wind ist. Und das muss wirklich völlig egal sein. Es muss nur diese Sache passieren, dass man rausgeht und sich viel, 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 viel bewegt. Und man wird es sehen. Man kommt wirklich gut durch den Tag. Aber damit der Körper auch optimal arbeitet, muss eben auch andersherum viel gearbeitet werden. Und das heißt, man muss es immer wieder und wieder tun und sich immer wieder überwinden. Sonst hat man irgendwann Pech und man liegt mit einer Krippe oder Erkältung im Bett. Und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Und deswegen bitte, 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 tut mir den Gefallen und geht nach draußen. Bewegt euch, egal ob es regnet, ob es stürmt, ob es schneit, ob es schüttet, wie auch immer. Also auf jeden Fall tut mir diesen Gefallen und wenn ihr das macht, dann könnt ihr wirklich froh sein. Denn dann seid ihr gesund und fit und habt genügend Konditionen, Kraft und Ausdauer für das Startsystem. Ja, das war es also mit diesem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Aber bevor ich dieses Video jetzt hier beende, bitte ich euch darum, diesen Kanal hier zu abonnieren. Dann lasst mir bitte einen Kommentar da und empfehlt diesen Kanal weiter. Und somit sage ich nur vielen Dank und dann sieht man sich jetzt im nächsten Video. Macht es gut. Ciao, ciao.